Igitt, Bratensauce, Frittierfett, Salatöl, Mayonnaise. Schafft Ihr Waschpulver all diese Fettflecken bei 40 Grad? Bei 40 Grad all diese Fettflecken? Nee, alle! Nicht mit meinem Pulver. Ariels Fettlöseformel schafft's. Sogar Bratenfett für andere Marken Vollwaschpulver oft kaum zu schaffen. Ariel Ultra schafft's. Bratensauce weg, Salatöl weg, Frittierfett weg und alles Ultra rein. Ariel Ultra schafft jede Menge fettige Flecken und wäscht Ultra rein. Dass die waschaktiven Substanzen von Ariel Ultra besser biologisch abgebaut werden, als das Gesetz verlangt, finde ich toll. Aber ich will mehr für die Umwelt tun. Mit dem Öko-Nachfüllpack. Also, ich bleib bei Ariel. Ariel Ultra, Ariel Ultra flüssig und Ariel Color. Natürlich im Öko-Nachfüllpack.